Ja, 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 alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann... Los geht's. Das interessiert ja keinen. Desmondsreise, Teil 5, Roy. Beginnen wir. Wenn einer von uns stirbt. Dann spielen wir noch die letzte Desmondsreise. Danach beginnen wir Sequenz 7. Und vielleicht noch 8, wenn wir es schaffen. Und vielleicht noch 9. Mal gucken. Bin ich nicht gut an. Als ich 9 Jahre fort war, kam meine alte Bitterkeit zurück. Ich war es wieder leid. Ich wollte nicht zugeben, dass es ein Fortschritt sein kann, einen Schritt zurück zu gehen. Aber der Glanz der Stadt war verblasst. Die Freiheit, die ich gefühlt hatte, war leer. Ohne alte Freunde, ohne Familie. Und dann? Dann holten sie mich. Abstergo. Die hatten tatsächlich nach mir gesucht. Unglaublich. Mr. Miles. Ja? Mein halbes Leben lang versuchte ich zu vergessen, was meine Eltern mir beigebracht hatten. Ich hielt alles für Lügen. Desmond Miles? Ja, worum geht's denn? Und plötzlich wollte ich es alles zurück. Das ganze Training. Die ganze Zeit. Doch ich konnte nicht. Es war vorbei. Unwiederbringlich. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Informationen, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin Barkeeper, verdammt. Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht, ihr Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassinen. Sie haben etwas, was meine Auftraggeber wollen. Und es steckt in Ihrem Kopf. Schweine! Der nächste Fahrstuhl. Achso. Okay. Oh, fuck. Okay. Komm schon. Ich muss hier hoch. Ah, wieso komme ich nicht hier hoch? Sehr gut. Oh Gott. Das ist auch immer... Ich muss hier hoch. Rücken wir wieder der Knopf. Rücken wir wieder der Knopf. Okay, ich muss hier lang. Rücken wir wieder der Knopf. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Assassine. Oh mein Gott. Der Satz ist einfach der Beste. Und hier ist es gut eins, wer sich erinnern kann. Hier haben wir viel Lustiges gemacht. Wir haben Stifte geklaut. E-Mails gelesen von anderen Leuten. Viel andere Gespräche gehört. Von anderen Leuten. Freundschaften geschlossen. Ja, viel in diesem Büro erlebt. Und hier stand der Animus. Was für ein Tag. Ich bin ein Assassine. Schön, dass dir das klar geworden ist, Ezio. Ähm, Desmond. Schön, dass dir das klar geworden ist. So, immer hätten wir alle fünf Reisen von Desmond gemacht. Und vollendet. Oh, und wir haben einen neuen Montur freigeschaltet. Ja, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie. Für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von zehn Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Serious? So, dann beginnen wir Sequenz. Warte, ich will noch was sagen. Ich weiß nicht, ob es sechs Desmond-Reisen gab. Ich glaube, es gab fünf. Aber es könnte auch sein, dass es sechs gab. Weil ich habe noch eine Säule gefunden, die noch leer ist. Die ich noch freischalten muss erst. Aber egal. Fünf habe ich schon mal gemacht. Und ja, wir gehen jetzt hier rein und beginnen Sequenz sieben. Viel Spaß.